Diese hier zum Kauf angebotene vollständig renovierte 4-1-Halb-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich in Ratingen. Die Wohnung wurde 1952 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, eine Einbauküche und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 114 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Dachgeschoss-Wohnung auf 199.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher.